Musik Die Bundespolizei schützt unsere Freiheit. Bei Großeinsätzen überall in Deutschland sorgt sie für Freiheit, Sicherheit und Ordnung. Jeden Tag halten die Frauen und Männer der Bundespolizei sprichwörtlich ihre Knochen für unsere Freiheit und unsere Sicherheit hin. Hühnfeld ist ein wichtiger Standort der Bundespolizei. Aus der Region von Hühnfeld werden Freiheit und Sicherheit Deutschlands garantiert und verteidigt. Es gab Zeiten, da war der Standort Hühnfeld akut gefährdet. Er sollte geschlossen werden. Mit sehr viel Einsatz vor Ort in Berlin mit Bundesregierung, im Bundestag und Bundespolizei ist es gelungen, den Standort zu retten. Die Zukunft des Standortes Hühnfeld ist gesichert. Er ist stark wie nie und wir haben mit dem Standort noch viel vor. Dafür stehe ich. Für unsere Bundespolizei, für den Standort Hühnfeld, für Sicherheit. Helfen Sie mit. Wählen und entscheiden Sie mit. Bis zum 26. September per Briefwahl, am Wahltag in der Wahlkabine, für unsere Region und für unser Land. Musik 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 Musik